Langweilen Sie sich? Tja, man kann schließlich nicht immer Überraschungen bieten. Ihre Beziehung könnte zerbrechen, wenn Sie sie nicht etwas aufpeppen. Aber Pratix ist da, um Ihnen zu helfen. Die Lektion des Tages küssen mal ganz anders. Seien Sie bereit? Probieren Sie zunächst die Dreieckstechnik. Küssen Sie das linke Auge Ihrer Partnerin, dann das rechte, dann küssen Sie Ihren Mund. Entzückend. Aber bitte werden Sie dabei nicht zu hektisch. Zweite Technik, wild und leidenschaftlich. Nehmen Sie die Dinge in die Hand und lassen Sie Ihrer Leidenschaft freien Lauf. Viele Frauen mögen einen derartigen Anfall von Männlichkeit. Aber gehen Sie auch hier bitte nicht zu weit. Bei der nächsten Technik wird's bissig. Hier geht es darum, die Lippen Ihrer Partnerin sanft zu beißen. Seien Sie ruhig fantasievoll. Haben Sie erst einmal Blut geleckt, kann diese Technik allerdings auch Gefahren birgen. Anschließend können Sie ausprobieren, verkehrt herum zu küssen. Sitzt Ihre Liebste vor Ihnen, beugen Sie sich von hinten über Sie, um Sie zu küssen. In dieser Position spielt die Unterlippe die Hauptrolle. Aber bleiben Sie auch hier auf dem Teppich. Abschließend schlagen wir Ihnen eine Technik vor, die sich schon im Film bewährt hat. Der Spaghetti-Kuss. Nehmen Sie einfach beide jeweils ein Ende einer Spaghetti, am besten derselben. Ziehen Sie die Spaghetti in Ihren Mund. Nach und nach nähern sich Ihre Lippen für einen unvergesslichen Kuss. Na ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Der Weg ist das Ziel, hm? Na ja, also, Sie wissen schon. Na also, zufrieden? Von nun haben Sie keine Entschuldigung mehr für langweilige Küsse. Bis bald!